Es ist ja so, dass man, wenn man die Möglichkeit hatte, in einem Bereich zu arbeiten, der wirklich an vorderster Front der Forschung und der Technik liegt, dann hat man natürlich auch sehr großes Interesse daran, diese eigene Begeisterung, die man dafür empfindet, an Jugendliche, an Kinder weiterzugeben. Und dass man dann eben, wenn man gefragt wird, solch eine Schirmherrschaft zu übernehmen, diese Verbindung herstellt, ist, glaube ich, offensichtlich.